Ich habe eine Idee, die etwas Laufarbeit von euch erfordert. Die Schwarzmeerräuber sind ein Kartell der Goblins, deshalb haben sie Zugang zu jeder Menge Sprengstoff. Ich weiß sogar, dass unser alter Freund Nark eine ganze Kiste hinten in seinem Lager in der alten Hafenbehörde aufbewahrt. Holt sie euch und bringt sie her, wenn sie noch nicht zurückgegangen ist. Die Schwarzmeerräder sind ein Kartell. Ich brauche ein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ich habe ein Ziel. Was ist das? Oh Oh Ich habe kein Ziel Ich habe kein Ziel Oh 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 Das war's für heute. Ihr lebt noch? Ihr habt sie dabei. Ich glaube, so langsam dreht sich der Wind zu unserem Vorteil, mein Freund.